Okay Leute, ich hab grad die richtige Kombination schon rausgefunden. Das war Mitte, Rechts, Links. Und jetzt ist dieser Hebel hier nach oben. Äh, der Schalter. Den wir jetzt mal drehen. Und wo wir sehen, da geht es so, ploppt jetzt so ein Ding hoch. Okay, weiter geht's. Ja. Äh, ja, genau. Herrlich. Also Mitte. Dings da. Äh, ich hab doch grad eben den Raum hier gesäubert. Fuck. 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 Unfair. Unfair. Wie unfair ist das denn? Das ist sowas von unfair. Ach komm Leute. Ich hab nicht gespeichert. Ich kann mich immer noch nicht bewegen, Leute. Das ist ein bisschen unfair, ne? Würde ich das mal nennen. Ja. Ja, Leute. Schlagt auf mich ein. Hallo. Ja, leck mich doch. Das ist doch Tuck-Bug-Game. Alter. Mann. So, beschwört ihr ruhig, ihr Scheiß-Goblins. Und das ist mir da ja... Oh, nein, äh. So. Wie war das noch gleich? So. Rechts-Links, ne? Ja, oder mit. Links-Rechts-Rechts-Links. Ich weiß nicht mehr genau. Äh, ich hab's vergessen. Egal. Ich weiß, das Mittel anfängt, also der Rest dürfte nicht so schwer sein. Und es war richtig. So. Drehen. Das will ich gar nicht. Ach, ich will das nicht sehen. Ach, Leute. Ich will das Spiel doch eigentlich nur noch durchziehen hier. Und ich kann nicht sagen, dass mir das Spiel das irgendwie leicht macht oder so. Also ganz und gar nicht. Apropos. Ne, ich weiß nicht, woher es kommt, dass ich jetzt auf einmal so stark bin. Nach dem Fiedel-Kastro-Ding hier. So, du gehst weg, ey. Spastiger, der Skelett-Magier, ey. Hallo. Könntest du sterben, danke. Du auch. Danke, bitte, 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 bitte. Verdammt, verreckt er doch. So. Ich speichere hier mal eben, nachdem ich mich geheilt habe, ab. Kann ich natürlich nicht, toll. So, wie gesagt, ich speichere hier mal eben ab. Und jetzt geht's wieder. Ich hab keine Ahnung, wohin. Also es gibt einen Raum oben und einen Raum unten Das bedeutet, die sind miteinander verbunden Das heißt, wenn da jetzt offen war Und ich jetzt hier reingehe Und ich jetzt hier die Schalte aktiviere Moment Dann müsste theoretisch das Tor Ja, das heißt, es müsste theoretisch das Tor hier unten offen sein Weil das Tor ist von unten nach oben gegangen Das heißt, hier, wo wir eben nicht weitergekommen sind Geht's jetzt weiter Äh, da ist ein Schalter Okay Oh, einfach, wie geil ist das denn? Das mag ich Das mag ich wirklich Okay Also ein bisschen logisches Denken hab ich jetzt schon So, fehlen noch zwei Das heißt, die komplette linke Seite haben wir abgeschlossen Ja Fehlen, wie gerade gesagt, noch zwei Ähm Na, das hab ich vergessen Ich Idiot Okay Okay, der Schattenkrieger ist ganz böse Der muss als allererstes weg Die machen mir gar kein Damage hier, die Viecher Aber der Schattenkrieger ist richtig böse So Zweimal heilen, bitte Und da das hier alles nicht mit rechten Dingen zugeht Äh, speicher ich Tut mir leid, Leute Das ist Fair Aber ich muss nicht ... itchat was ist light哦 원� Gra Ei 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 Vielen Dank.